Wir erleben gerade große Veränderungen in der Arbeitswelt. Flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorte werden immer mehr zum Standard. Auf der anderen Seite möchten wir unseren Projektteams attraktive Arbeitsflächen in häufig hochpreisigen Standorten wie Frankfurt, Zürich oder Paris bieten. Für uns war daher die Frage, wie wir unsere Flächennutzung und die Meetingraumkapazitäten mittels IoT datengetrieben optimieren können. Wir haben die Smart Workspace Lösung mit Campano & Schott entwickelt, weil wir einen Partner gesucht haben, der große Expertise in neue moderne Arbeitswelten hat und in der Digitalisierung der Arbeitsplätze. Über die Smart Workspace Lösung haben unsere Mitarbeiter die Möglichkeit bereits auf dem Weg zur Arbeit freie Meetingräume zu finden und auch direkt zu buchen. Diese Lösung erhöht den Komfort für den Mitarbeiter und damit das Arbeitsklima. Der Personensensor HPD2 ist ein optisches System, welches die Unterscheidung zwischen Mensch und anderen Objekten vornimmt. Smart Workspace ist letztlich eine Software-Applikation, die sich in den digitalen Arbeitsplatz integrieren lässt. Auf der einen Seite nutzen wir hier von unserem Partner Steinl einen hochwertigen Sensor, der letztlich das Sinnesorgan für das Gebäude ist und uns die entsprechenden Daten liefert, um unsere Büroflächen nicht aus dem Bauch heraus, sondern datengetrieben zu optimieren. Mit den Daten, die der HPD2 zur Verfügung stellt, kann die Flächenbenutzung analysiert und optimiert werden. Unternehmer können ein hohes Einsparpotenzial realisieren. Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, dass viele Räume gebucht sind, dann aber nicht genutzt werden. Hier setzen wir aufgrund von Sensordaten an. Eine Variante, wofür wir das dann benutzen, ist um einen Chatbot zu befähigen, den Mitarbeiter anzuschreiben und zu fragen, brauchst du den Raum im Moment oder kann ich den Raum entsprechend für dich freigeben. Damit schaffen wir freie Räume, die durch andere Mitarbeiter genutzt werden können. Gleichzeitig können wir mit den Sensoren auch die Luftqualität verbessern. Wir haben die Möglichkeit anhand der Personenzahl die Klimasteuerung zu übernehmen oder aber auch über den Chatbot eine Push-Nachricht an den Organisator zu schicken, der dann wiederum zum Lüften aufgefordert wird. Jedes Unternehmen ist anders. Das Smart-Workspace-System lässt sich für jeden Kunden individuell anpassen und lässt sich in alle bestehenden Prozesse implementieren.